So Leutchen und wieder herzlich willkommen zur neuen Folge von Stardew Ready. Wir gehen wieder schlafen. Tuck. Yay, level up. So, unsere Kanne und unsere Dings sind wieder erhöht. Wir haben erstens mal das Rezept für einen Sprenkler. Und wir können eine Mayonnaise-Maschine machen. Und wenn wir möchten, können wir auch einen Stone-Fance machen. Also einen Steinzaun. Brauchen wir aber nicht. Die Mayonnaise-Maschine brauchen wir auch nicht. Dafür brauchen wir Eier. Und die kriegen wir erst mal in einen Stall bauen. Und dafür brauchen wir erst mal sehr viel Geld. Das hier ist gar nicht so schlecht. Diese Pots, die kann man halt im Wasser einfach hinlegen, sag ich mal, an den Rand. Oder am See. Man muss dann Sachen, welche Beute reinmachen. Und dann ist am nächsten Tag irgendwas, wie ein Muschel oder irgendwas anderes drin. Crabs. Die wir dann halt ernten können. 1.500 Gold, alles klar. Wir gucken jetzt mal, ob wir heute auch Glück haben. Aber ich glaube, zweimal hintereinander ist ein bisschen blöd. Oh doch, ich habe wieder extra Lack. Sehr gut. Morgen ist nur windig. Und das braucht man nicht. Also versuchen wir das jetzt heute mit denen. Oh, wie nett von ihr. Sie sagt halt, dass wirklich bestimmte Sachen nur in bestimmten Jahreszeiten wachsen. Und die dann einfach verschwinden, wenn sobald der Sommer da ist. Deswegen müssen wir auf jeden Fall schon mal planen. Und zwar müssen wir uns auch ein bisschen Geld ansparen. Das war gleich, wenn der Sommer kommt. Und somit ganz, ganz vielen neuen Samen ausstatten können. Oh, ich glaube, yes. Die können wir ernten. Sehr gut. So, haben wir, haben wir. So, wenn wir jetzt den Sebastian finden könnten. Wir nehmen mal jetzt hier nur eine. Ich glaube, das zählt noch. Ja, das ist aber nur noch heute. Der will so ein Ding haben. Moment mal, jetzt habe ich hier. Genau. Was waren das nochmal? Kartoffel? Die. So. Genau. So. So, einen kann man verkaufen. Einen gehen wir Sebastian und die anderen. Die nehmen wir noch mit. Wo ist der Sebastian heute? Das ist eine sehr interessante Frage. Wir können ja erstmal bei seinem Haus gucken. Aber ich weiß echt nicht, wo der lang läuft. Der ist ganz, ganz schwer, der Typ. Vielleicht trennen wir da gleich hin. Vielleicht ist der frühs noch draußen. Andere können wir immer noch machen. Weil dann hätten wir nochmal 500 Gold. Das wäre wirklich sehr, sehr gut. Jetzt können wir auf jeden Fall mehr Sachen mitkaufen. Ich weiß, dass er hier wohnt. Na, die machen erst einmal auf. Ist der vielleicht schon vorher draußen? Ich glaube, der steht manchmal hier rum. Nö. Nö. Mal gucken, ob wir jetzt ganz früh ihn finden. Vielleicht tockt er auch abends im Saloon. Mal gucken. Er ist nicht in seinem Zimmer. Doch, da war er. Der liegt noch drin. Wir können halt nicht rein. Erst, wenn wir halt ein bisschen mehr Freundschaft mit ihm geschlossen haben. Dann ist bei allen anderen auch so. Aber es macht halt am Anfang noch nicht so viel Sinn. In dem Fall jetzt leider schon. Aber egal. Wir haben noch zwei andere Sachen, die wir tun können. Ist nicht so schlimm. Und zwar geben wir jetzt die Dinger hier ab. Gucken wir mal, was wir bekommen von den Typen. Zwar müssen wir den hier oben machen. Sehr schön. Also dich haben wir. Und dich haben wir. Zack. So, haben wir wieder was bekommen. Speed Grow. Also mindestens 10% schneller wachsen die. Und wenn noch andere Sachen freigeschalten. Sehr gut. Da können wir jetzt auch nochmal gucken. So ist hier der mit dem Fisch. Gucken. Das sieht hier so eher wie Mine aus. Gucken wir mal. Blacksmith. Ja. Wir brauchen... Das ist nicht so schwer. Das ist auch noch okay. Das wird ein bisschen komplizierter. Das findet man halt erst ganz ganz unten in der Mine. Was haben wir hier noch? Das ist auch okay. Die hier. Aber er ist auch ganz unten erst. Weil die beiden haben wir ja schon einmal gefunden. Das ist nicht so schlimm. Die finden wir nochmal. Das wird auch nicht so leicht. Die kriegt man halt immer wenn man Schleime tötet oder Fledermäuse. Die hier gibt es auch erst wieder ganz unten. Also das wird noch ein bisschen dauern hier. Da müssen wir erst so bis in Level 50, 60 von der Mine kommen. Wenn nicht sogar noch weiter. Aber das ist eigentlich noch recht schnell erledigt. Dann gehen wir jetzt zu dem Blacksmith. Oder wir gucken mal ob der aufgestanden ist. Okay, jetzt ist wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ich will dir doch nur das Ding geben, Mann. Er sitzt jetzt wieder vor seinem Computer. Der nervt. Der Typ. Also gut, dann. Schmied. So, jetzt haben wir die eigentlich mitgenommen. Ja, bitteschön. Freut er sich. Ja, aber schon mit zwei Herzen welche. Sehr gut. So, diesmal haben wir Gold. Verdammt nochmal. Wer, der hat halt zu oder so. So, sehr gut. Dann machen wir jetzt die Dinge auf. Zack. Da haben wir schon mal was gefunden. Sonder Egg. Das ist nur Kohle, das ist nicht so gut. Das ist gut. Nicht gut. Ja, aber auch noch nicht. Ach, na gut, warum nicht. Oh, sehr gut. Das haben wir auch schon. Das haben wir noch nicht. Auch neu. Ach, doppelt. Verdammt. Na gut. Besser als nischt. Ich glaube mal Glück und es reicht, um mal ein Geschenk von ihm zu bekommen. Ja, auf jeden Fall mal ein Geschenk. Äh, mehr haben wir nicht. Ne. Aber ein Geschenk kriegen wir. Oh, sehr schön. Die können wir, äh, reicht das noch? Die brauchen zwölf Tage. Ganz knapp. Müssen wir auf jeden Fall heute noch ganz schnell. Oder, ne, wir haben ja diese Speed Grow. Dann geht's schneller. Sehr gut. Mal gucken, ob wir noch haben. So, wollen wir es nochmal wagen, den Typen? Ich würde sagen, wir holen uns erstmal ein paar Seeds. So, sie fragt mich was. Warum sind wir Farmer geworden? Ja, wir wollen unseren Großvater folgen. Yes. Sind wir nicht nett. So, wir brauchen von denen hier welche. Machen wir mal 30. So. Haben wir auf jeden Fall wieder ein paar Sachen zum Pflanzen. Das ist sehr gut. Und dann war's das, denke ich mal auch. Vielleicht können wir uns nochmal so eine Fuhre gönnen. Aber, weil die brauchen nur vier Tage. Ich denke mal, da können wir noch ein, zwei Mal was mit anfangen. Aber, aber, Oh, dieser Typ, ey. Machen wir mal das so. Steht ja nicht so rum. Müssen jetzt echt warten, ey. Hier können wir auch nicht rennen. Irgendwann deinen Bruder raus, da. Meine Güte, ey. Da steht ja nur rum, ey. Mh, mh. Dann kommen wir heute Abend nochmal wieder. Vielleicht ist sie ja auch im Saloon oder irgendwo. Ups. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Ich würde gerne die Quest abschließen. Aber, das meine ich, man muss halt so ab und zu mal sich merken, wo man die Leute sieht. Um dann zu wissen, wo man sie halt antrifft. Na ja, wenn nicht. Es war schade drum, aber die können wir halt auch so verkaufen. Aber 500 ist schon weitaus mehr, als wenn wir für eine bekommen würden. Ihr könnt es ja sehen, wir haben ja eine verkauft. Mal gucken. So, jetzt pflanzen wir nochmal hier die Dinger. Das ist vielleicht alles so ein bisschen durcheinander jetzt. So. Habe ich hier noch. So. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Also, wir können auf jeden Fall die Dinger hier hin machen. Dann wachsen die auf jeden Fall schneller. Dann müsste es eigentlich locker reichen. Also, zwölf Tage brauchen sie. Ich glaube, der Monat endet am 28. oder irgendwie so. Also, würde ganz klapp auch so reichen. Aber die heben wir uns noch auf für wirklich die, die am längsten dauern. Dann benutzen wir das. Ich würde lieber das hier nehmen. Und dann machen wir jetzt hier überall die Dinger rein. Und vielleicht doch noch ein paar mehr holen können, ne? Wir müssen unbedingt noch fünf goldene rauskriegen. Wir müssen da eh nochmal los, wegen dem Typen. die Dinger ist auch nicht immer, oder? Ob der sein Zimmer auch irgendwann mal verlässt, ey. So, wir haben dann jetzt hier noch. Fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, neun, neun, zehn, neun, 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 zehn, neun, 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 neun. noch mal versuchen noch mal 20 ob das reicht so jetzt hier noch alles klar tap 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 aber wir können jetzt hier noch mal so ein Ding anwerfen zack können wir nämlich wenn wir den fertig haben unseren ersten Tepper bauen auch wieder keine Ahnung was das auf deutsch heißen soll aber der sammelt halt den Sirup von den Bäumen halt ein das ist auch sehr wertvoll nicht nur zum verkaufen auch wie gesagt um wieder Sachen herzustellen braucht man den auch gucken wir uns den noch mal an so wir oh der Laden hat glaube ich schon zu hat der schon zu ich glaube kann man trotzdem noch kaufen nee ne no der füllt jetzt seine Sachen auf ah Mist hat man zu lange gebraucht aber dann müssen wir jetzt noch mal hoffen dass jetzt der Sebastian noch mal aus seinem Loch kommt damit wir die Quest noch abschließen können weil ab morgen ist die verfallen und dann müssen wir uns wieder eine neue suchen das wäre ärgerlich nee den wollen wir nicht dass er nicht mal wenigstens in der Küche stehen kann oder so der sitzt schon wieder vorm Computer tipp 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 Junge kommst du auch mal aus deinem Loch raus wir geben dich auf wir angeln jetzt hier und gucken ob der noch mal rauskommt aus seinem scheiß Loch gehen einfach um 10 so ein Nachtmensch der ist bestimmt irgendwo nachts unterwegs auf dem Friedhof oder so vielleicht kriegen wir jetzt hier so Nachtfische mal gucken der ist einfach nee aber ein ziemlich dicken Karb oh der ist anders bull hat ne das ist jetzt raus aus deinem Loch oh und jetzt kann man nicht mehr reingehen no das wird glaube ich nichts mehr ich weiß gar nicht der geht auch nicht in den Salon der kann nicht den ganzen Tag da zu Hause hocken da kommen wir nicht ran auch nur Bullheads das ist echt ärgerlich oh hier ich glaube wir können hier jetzt so eine Saison wo man hier so eine Sachen einsammeln kann sehr gut kommt nicht raus der Typ ey sehr sehr ärgerlich Katzin in der Nacht ach hier der Arme durchsucht den Müll nach Essen also wir halt nachgucken wer da so ein Laut macht der denkt als irgendein Tier dabei ist er das der Arme Linus er guckt halt den Müll immer durch weil da Leute immer Sachen wegschmeißen die man eigentlich noch benutzen kann stimmt eigentlich auch aber die Leute finden es halt nicht so schön wenn man halt in ihren Müll rumkramt ach naja 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 das stimmt schon na ist einfach nur glaube ich dass man hier gezeigt bekommt dass man halt auch in den Müll gucken kann gucken die Szene geht noch weiter oh wurde er wieder erwischt wait oh je ich weiß was du getan hast oh das ist doch nett von ihm er soll halt Bescheid sagen wenn er Essen braucht das ist doch nett wie gesagt die im in dem Dorf hier sind eigentlich alle recht nett bis auf diese Jar Jar Corporation so wir gucken jetzt noch mal in dem Saloon vielleicht ist er ja doch noch mal raus aber ey naja man kriegt halt viel Geld dafür aber dafür ist auch ziemlich schwer zu erledigen weil hier treiben sich manchmal noch ein paar rum aber eher nicht das ist wirklich schlecht naja wir haben es versucht sollte nicht sein wenn wir hier noch ein bisschen in den Müll gucken oh da haben wir eine Pflanze gefunden yay so dann werden wir uns mal ins Bettchen begeben dann verkaufen wir die mal so 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 den haben wir noch nicht ja das ist okay so gegossen haben wir auch alles jetzt ab ins Bettchen so einen Tag schaffen wir denke ich noch ja also zwei Stück haben wir 350 bekommen und hätten wir die in Auftrag erfüllt hätten wir 500 bekommen für eine und er hätte es noch toll gefunden also die lohnen sich schon mal die Sachen deswegen hebt man auch immer ein bisschen was auf eben um so eine Sachen erfüllen zu können so jetzt bitte Regen oh ja um Gottes willen endlich mal so 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 hier von uns Sambuti nett von ihr paar Cookies yay oh 90 Energie sehr gut sehr gut wir gießen wieder das das brauchen wir nicht zack 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 oh das ist noch ein Brief vielleicht kann ich sehen wie soo 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 Halt! Zack! So... Na Katze? Ja so, bisschen Wasser. So... So... Ich glaube das reicht nicht ganz. Ne, müssen wir nachholen. So, dann holen wir jetzt noch ein paar Samen. Der macht eigentlich gleich auf. Wollen wir sonst noch irgendwas? Ne. Oh, ich hab grad was gesehen. Ach genau, den können wir hier noch machen. So. Was wir jetzt mal machen können, bevor wir losgehen, weil der hat eh noch nicht offen der Laden. Äh... Crafting... Tepper... 40 Holz. Ja, wir haben noch ein bisschen. Und dann haben wir jetzt mal so einen Tepper hergestellt. Ne, ich den. Zack. So... Den macht man dann hier einfach an diesen Bäumen hier ran. Zack. Und nach zwei, drei, vier Tagen oder so ist dann hier was drin, was wir halt aberrten können. Und wir müssen uns halt versuchen, so an verschiedene Bäumen zu verteilen. Deswegen hab ich hier noch ein paar gepflanzt. Der kann weg. Die dauern halt noch ein bisschen, bis die draußen sind. Aber wir können die auch erstmal woanders ranhängen und dann später nochmal umtauschen. So. Aber wir gehen jetzt los. Oh, ist schon fertig hier. Das geht ja schnell. So. Los geht's. Da ist nix. Hier haben wir auch wieder so eine... Gibt halt manche... Ich glaub im Herbst oder im Sommer gibt's auch eine kurze Zeit, wo auch so Früchte einfach hier so wachsen an den Bäumen. Oder an den Sträuchern vielmehr. Könnte man auch verkaufen, aber ich glaub die sind jetzt auch nicht so viel wert. Die hat bald Geburtstag am 18. Hier ist dieser Flower. Am 28. ist der Monat dann rum und dann geht's weiter mit Sommer. So. Das. Der Willen Cave Carrot. Haben wir. 75 Gold ist jetzt nicht so viel, aber er freut sich. Machen wir. Oh, jetzt kommt ne neue Cutscene. Das ist dieser Manager von dieser Jar Jar Corporation. Morris. Voll gemein, ey. Geht in einen anderen Laden drin, um für seinen Laden Werbung zu machen. Der arme Pierre. Ja, so lockt das natürlich an. Der arme. Boah, voll der Arsch, oder? Ja, das ist diese typische Jar Jar Corporation Alles Geldgeile, Säcke So, leider in dem Grund machen wir dieses Townhouse nicht aus so einem Jar Jar Lager Ich kaufe noch bei dir ein, mir ist das egal So, paar von denen nehmen wir noch Wie teuer ist bei ihm der? 100 Gold Und wir machen sie theoretisch für umsonst Wir brauchen halt nur die Sachen von dem Baum Nee, das ist mir doch zu teuer Aber ich kaufe trotzdem noch die Dinger bei dir ein So, dann werden wir erstmal schnell zurückgehen Pflanzen die Dinger Holen diese Karotte Und geben die den Gas Und dann können wir nochmal ein bisschen Am Strand abfarmen gehen Vielleicht sind da noch ein paar Muscheln oder so So Wir brauchen mal wieder die Dinger Haben wir komplett aufgebraucht, ne? Ja Na dann Zack, zack Zack, zack, zack So Ist auch alles wieder voll hier, sehr gut Wie gesagt, ein zu viel mehr Sollte man auch nicht machen Zumindest nicht am Anfang Wenn man noch nicht so viel Energie hat Oder wenn man Level steigt, steigt ja auf die Effizienz von dem Äh, von der Wasserkanne Denn lohnt sich's auch schon ein bisschen Vielleicht dann noch Im Sommer vielleicht machen wir wieder nochmal Zwei Felder hin, aber Für jetzt lohnt sich's nicht wirklich So, dann gucken wir jetzt nochmal Strand lang Dann sind wir mit der Folge auch gleich wieder am Ende Ach, wir haben die Karotte vergessen Mist Ist nicht so schlimm, weil der ist noch ein bisschen länger offen Soll noch doppelt laufen War ich jetzt überall beschäftigt mit dem Pflanzen Ist jetzt nicht so viel Gold, was wir kriegen, aber naja Wahrscheinlich immer noch mehr, als wenn wir sie so verkaufen würden Mit dem Sebastian ärgert mich immer noch, ey Oh, hier haben wir nochmal Bären Zack Der ist schon da, sehr gut Wird schön Sehr gut Und kriegen wir 75 Gold Und er ist happy Vielleicht hat's ja auch ein Herz gebracht Ne Aber er ist auf jeden Fall ein Stück nach vorne gerutscht Man sieht hier auch immer Wie weit man bei den Leuten ist Also die mögen uns hier noch gar nicht Und die hier oben, denen haben wir wenigstens schon mal was gegeben Ihnen haben wir auch schon mal was gegeben Naja Und die schenken wir uns auch Sachen zurück Wenn wir denen ein paar mal was geschenkt haben Dann haben wir halt auch einen Brief von denen drin Und dann sagen wir hier Danke für alles Bla 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 So Na, wir sammeln mal jetzt hier noch lang Da haben wir nochmal Ui Ein Anker Können wir auch bei der Bibliothek abgeben So Gucken wir uns nochmal die andere Seite an Na ja JOO Joa Warum nicht So 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 Tudu 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 Tudun Dann Wollen wir mal Müllkramer spielen Ist hier jemand Ne Na toll Trash und trash Ich glaube hier ist jetzt alles voll mit diesen Büschen, mit den Bären. Mal gucken. Wie gesagt, die werden wahrscheinlich nicht so viel wert sein. Man könnte sie sich auch aufheben, um die Energie zu bekommen, aber was soll's? Oh hier, das ist doch gut hier. Obwohl die auch nicht so viel wert sind, aber... Kriegen wir für umsonst. Oh, da ist ja noch mehr. Ach du E-Mini. Ist ja alles voll hier. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, da oben lag noch was, habe ich gesehen. Hier ist auch noch was. Na, Mensch. Gehen wir mal noch hier lang. Was haben wir hier noch? Oh, Steine. Wow. Ups, hier versteckt sich noch was. Hm, hier oben haben wir noch. Na. Ah, sehr schön. Alles für umsonst. 20 Stück schon, ey. Dann kriegen wir eigentlich noch ein bisschen Gold raus hier. So, dann haben wir das auf jeden Fall auch noch. Den haben wir auch gebaut. Den haben wir auch bepflanzt. Sehr gut. Na, läuft auf jeden Fall. Jetzt gucken wir noch mal, ob wir hier von dem... Das haben, brauchen wir nicht. Zack. Hier, die Muschel haben wir schon zweimal. Das haben wir, das haben wir auch noch nicht. Sehen wir uns auch mal auf. Den Anker können wir erstmal hier hinlegen. So, das ist auch gut hier. Die brauchen wir auf jeden Fall. Hoppala. Äh... Ja, da haben wir vier. Das reicht eigentlich. Können wir eigentlich komplett verkaufen. Das können wir auch verkaufen. Och Gott, hier haben wir so viel von denen. Machen wir so. Zack. Die heben wir mal auf. Die können wir auch mal gut verschenken zu Geburtstagen. Die mag eigentlich jeder. So, und dann können wir hier das alles verkaufen. Die heben wir auf. So. So, damit verabschieden wir uns mal hier von der Episode. Morgen gibt's Regen. Sehr gut. Da können wir eigentlich mal, denke ich, wieder in die Mine gehen. Beziehungsweise werden wir noch ein paar Mal versuchen zu fischen. Weil, wie gesagt, manche Fische kommen wirklich nur bei Regen raus. Und da der so selten ist, wäre es eigentlich ganz günstig, wenn wir da ein oder zwei Mal fangen. Aber machen wir halt in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich und würde mich über ein Like, Comment oder ein Abo freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschü tschü.